Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play WWE 2K16 Karriere. Die gestrige Folge ist ausgefallen, also diese Folge hier, weil gestern ein Streamchen war und ich nicht rendern und hochladen und gleichzeitig streamen kann. Das hatte ich so aber auch tatsächlich angekündigt gehabt. Und naja, jetzt sind wir wieder im Start bei WWE 2K16 und wir sind einen Abend quasi nach diesem hässlichen... Ne Quatsch, wir sind eine Woche mittlerweile nach diesem besten TLC Match ever. Äh, und äh, naja, wir haben heute ein Match gegen Fandango und befinden uns mittlerweile in der WWE World Heavyweight Championship Rangliste. Jawohl! Oh, endlich mal der alte Endfluss, geil. Ohne Titel. Was? Ha! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Braille Lions! Alter! Was will er denn von uns? Exemplen! Ah, hier wär's jetzt natürlich geil gewesen, äh... Jawohl! Tschüss! Tschüss! Hier wär's jetzt natürlich geil gewesen, wenn das Licht so ein bisschen ausgegangen wäre, weißt du? So typisch Bray Wyatt, aber einfach so in die Arena kommen, find ich irgendwie ein bisschen lame. Bray hat sich erledigt mit uns. Bray Wyatt ist unter Mad Assault. Looking to build momentum. Und... Oh wow! Well, we're on the move here! Keiner... Kann uns stoppen. Bitte, mich in den Royal Rumble und wenn man in den Royal Rumble will, dann darf man tatsächlich keine Fäde haben und das ist ein bisschen doof, ich hätte jetzt gerne gegen Bray Wyatt gefädet, auch wenn es halt dieses typische Fähending gewesen wäre, weißt du, dieses, äh, ja... Nein, liebe Renee Young, das war noch nicht mal ein richtiges Match gewesen, das war noch mal ein Entrance, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ich, ich finde, das sollte alles ein bisschen individueller sein, oder zum Beispiel der Undertaker, der wird mir wahrscheinlich jetzt auch so hinterherrennen, was total bescheuert ist, weil der Undertaker eigentlich mit einem Gong kommt und so, weißt du, und dann Patz, ähm, ich bin nur aufhaltbar, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, das weiß ich, die falsche Antwort. Ah, jetzt kommt's. Ah, jetzt kommt's. Ah, jetzt kommt's. Und er braucht jemanden, der mehr in seinem Level ist, der der größte von der Lachen. Danke für die Zeit. Zurück zu dir. Sonst, äh, kann man nicht im Raw Rumble teilnehmen, was auch total bescheuert ist. Aber ich würde sagen, dieser, dieser Karrieremodus hier ist echt so ein bisschen repetitiv, das ist ein bisschen doof, also, ich würde sagen, wir machen das jetzt noch, wir schauen uns das jetzt noch an. Äh, bis zur, äh, WrestleMania, bis zum World Championship Match wahrscheinlich, wenn wir eine Rumble gewinnen können, äh, oder bis zur WrestleMania allgemein. Und dann, ähm, naja, weiß ich nicht, dann werden wir uns vielleicht doch mal den Universe-Modus oder so angucken. Äh, ich hatte in der letzten Folge gesehen, da hat jemand, ach guck mal, wir kämpfen immer gegen ihn, sehr schön, finde ich gut. Ähm, äh, in der, in der, in der Kommentaren war letztes Mal so eine Auflistung, was am, am Karrieremodus geil ist und was ihr nicht geil findet. Ähm, aber ich hätte sowas ganz gerne mal von dem gleichen, ähm, User sozusagen, ich hab seinen Namen jetzt leider nicht im Kopf, aber vielleicht auch mal zum Universe-Modus. Mal so eine Auflistung, was ist am Universe-Modus geil, was nicht, was ist nicht geil am Universe-Modus und vor allem, wie ist der Universe-Modus im Vergleich zum Karrieremodus. Ja, also das wäre ganz cool, wenn ihr mir das mal kurz in die Kommentare schreiben könntet, so ganz kleine Stichpunkte einfach nur, ähm, damit ich einfach mal sehe, ob sich das lohnt. Ich hab selbst noch nicht die Zeit gehabt, den Universe-Modus anzuzocken, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht schon geiler ist als der Karrieremodus tatsächlich. Weiß ich nicht, aber schreibt mir, also wenn da, wenn da einer Bock hat, kann der gerne mal so eine kleine Auflistung schreiben, was cooler ist und was nicht so eine kleine, so eine kleine Gegendarstellung einfach, ne. Das wäre ganz cool, wenn ihr das mal da, wenn ihr das mal machen wollt, da. So, jetzt aber hier, Match gegen Bray Wyatt, das wäre cool. 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 Oh ja, ich muss sagen, ich habe diesen alten Entrance hier ganz schön vermisst. Also den Non-Championship-Entrance. Habe ich schon ein bisschen vermisst. Der ist immer noch behindert am Ende. Ist immer noch schlecht, aber... Naja. Es wird eh bald eine Charakterveränderung geben von unserem B-B-B-Era. Bray Wyatt. Auf jeden Fall immer wieder mit einem Gänsehaut auftreten. Was ich jetzt ziemlich geil fand. In echt, also was ich ziemlich geil fand, was ich ziemlich gut fand, dass Bray Wyatt in echt endlich mal so ein bisschen Championship-Material wurde. Er hat ja auch so Stared-On mit Roman Reigns gehabt und so. Ja, und dann hat er sich ja tatsächlich bei einer Haus-Show verletzt, also bei einer Live-Show. Boah, da muss ich jetzt sagen, das ist so ärgerlich einfach nur gewesen. Ich hoffe mal, dass er schnell wieder zurückkommt, sodass er relativ schnell wieder ins Championship-Geschehen eingreifen könnte. Bei Bray Wyatt im World-Championship-Geschehen, das muss einfach. Ja, weil ich sag mal, sein richtiger Charakter, Husky Harris jetzt oder so in dem Sinne halt, der hat schon wrestlerisch ordentlich was drauf. Und Charisma hat er sowieso. So. Aber wir hauen mal nicht zu. Wir hauen mal nicht zu. Alles gut. Ha. Noch nach. Wir machen aber... Nichts, glaube ich. Und so, was sind deine Gedanken gerade jetzt bei Bray Wyatt? Definitiv schauen wir uns in dieses 101-Environment. Das ist ein guter Zeichen. Au. Au. Wir haben auch so eine kleine Niederlagenserie gerade. Das heißt, es war... Schon ein Backbody-Drop. Es wäre schon sehr wichtig, wenn wir das Magix hier gewinnen. Weil, naja, ihr wisst schon. So eine Niederlagenserie ist nicht so geil. Vor allem wollen wir halt in der Championship-Bangliste hoch. Und das geht halt nur, wenn man halt auch mal gewinnt, ne? So, Bray Wyatt hebt uns auf. Wir kontern allerdings. Er kontert auf, natürlich. Das gibt jetzt wieder so eine Konter-Menia, bis... ...wir keinen... ...Konter-Move mehr haben, wahrscheinlich. Was probiert er jetzt? Bis jetzt konnte man noch nicht so wirklich viel in dem Match zeigen. Er hat uns da doch schon ganz schön mehr Kontrolle. Au. Ruhm mit uns. Und Power-Slam. Ja, ich wollte nicht einen anderen Move machen, aber... Genau den. Schönen Elbow, naja. Na ja, da. Weapon, reversed und... ...closed sein. Guck mal, auch da. Kollege. Oh. Nein. Konter-Break. Oh, fuck. Quick-Suplex von Bray Wyatt. Und ein Cover hinterher, das bringt Punkte, das ist super. Finde ich gut. Finde ich gut. Fatz. Nein. Au. Alter, der macht uns Gott ganz schön fertig, muss ich sagen. Oh, der geht aufs Top-Rope. Fehler. Suplex. Sehr schön. Sehr schön. Und Move, da. Klaus sein. Jawohl. Sehr schön. Oh, fuck, er kontert. Natürlich kontert er. Oh, wieder ein Cover. Cool. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Bats. Wieder die gleiche Aktion. Wir hauen einmal zu, während wir noch so ein bisschen übernommen sind. Und er batzt uns aber auf dem Rücken so. Puh. Scheiße, wir müssen kontern. Ah. Fickidi-fackidi. Au. Das tut weh, Bray. Arsch. Non-Suplex. Jawohl. Aha. Kontaminier wieder hier im Start, oder was? Oh, oh, Achtung. Ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen, Achtung, er hat sein Signature. Cover. Leck mich. Oh, nee, da soll der Sister auf Abigail kommen. Nee, Quatsch, du hießt er doch gerade, oder? Doch. Und jetzt ist der Remersal. Nicht heute, zu schnell. Ups. Und es gibt ein bisschen mehr Emotionen auf dem Display. Jawohl. Boah. Der Konter war wichtig. Jetzt ein bisschen aufladen hier. German Suplex. Ups. Mal hoch mit dir. Ich meine, die liegt hier oder sowas. Nein. Alter. Boah. Also, der Rollin gerade war krass. Der war ja mega schnell. Alter, wir haben schon einen roten Body, ey. Das ist krass. Wir müssen echt... Jetzt gucken, pass auf. Konter. Super. Hammer. Okay, Ausdauerauflagen. Komm. Ja, ja, ja. Hammer. Frade. Komm schon. Jack. Jack, wie? Straightjacket. hier ist ja genau mein gott und das kammer nein konnte nein jetzt macht er gleich wieder sein muster 100% das könnte es aber fast jetzt schon gewesen sein aber den nochmal kontern weiß ich nicht nein hausse das macht mich fertig wir waren doch schneller alter nein ach komm ey wir waren schneller gerade im crumbling das kannst du mir nicht erzählen das ist doch scheiße aber gott komm irgendein scheiß wuff wir müssen ausdauer aufladen komm weiter aufladen so hoch mit ihm und poppa power bob 1 2 ja wichtig wichtig ich weiß nicht wie du kannst aus dem match das ganze match war Highlights da hinten neben Lilian Garcia sieht aus wie Gregor von Game One früher der ist auch bei Rocket Queens glaube ich ne achtmal drauf warte guck rein sehr schön Gregor von Game One ist bei WWE dabei als Zeitnehmer das war ein verdammt wichtiger Sieg das war ein verdammt wichtiger Sieg aber aber also gegen Bray White muss ich sagen ist schon eine Herausforderung gewesen gerade das ist nicht nicht so einfach aber wir gucken mal vielleicht haben wir jetzt noch ein paar Punkte die wir verteilen können was ich auch gerne mal machen würde ist ich würde gerne diese diese Dings einstellen ich weiß ja nicht ob das mit einer poppa powerbomb geht ne wobei müsste eigentlich ja ne diese diese ähm wie nennt man das denn nochmal diese Springboard Finisher quasi dass wenn er vom Toprop springt dass wir quasi seine ähm deswegen quasi direkt nehmen also deswegen quasi direkt den Finisher nehmen so weißt du dum 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 so wir haben die nächste Raw Ausgabe am Start so gehen wir mal kämpfen oh gegen Dorfstick ach 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 gegen Dorfstick sag ich schon gegen Seth Rider na sehr schön ähm pass auf wir gucken mal Fähigkeiten, Eigenschaften ääh was machen wir denn nochmal hoch hier Ausdauer ist eigentlich schon okay Schaden zerholung kann man ein bisschen hoch machen Schwung kann man ein bisschen hoch machen aber nur einmal hmm Kettenrestling ne Reversal Offensive Reverses im Allgemeinen wären vielleicht ganz cool. Agilität ist ganz oben, das geht nicht schneller. Ach komm, wir machen mal Bewegungstempo noch hoch. Passt. So. Ähm, jetzt würde ich aber gerne noch, wie gesagt, bei den Fähigkeiten nochmal gerade gucken. Unfairer Pin haben wir drin, Sprecher haben wir drin. Das brauchen wir ja nicht mehr, weil wir haben gar keinen Manager mehr. Aber hier können wir sowieso nichts ändern, ne? Doch, wir könnten das hier nehmen. Wir könnten das hier nehmen, das passt. Wir haben noch die Pin-Kombo. Okay, mehr haben wir aber nicht. Alles klar. Dann machen wir den Techniker mal rein, weil wir haben sowieso keinen Manager mehr im Moment. Von daher passt das schon. So, jetzt gucken wir mal nach einem Royal Rumble Finisher gerade. Mit Rumble Finisher können Gegner von verschiedensten Positionen im Ring eliminiert werden. Ja, geil. Halt Y gedrückt, wenn der Gegner sich an die Seite des Upgrade. Ja, dann holen wir uns den mal, oder? Ja. Brauchen wir ja. Paz. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir den gerade mal noch schnell einstellen. Normale Bearbeitung, ne? Super geil. Das ist wirklich, das ist wirklich super geil, Freunde. Super geil. So, mal gucken. Wir müssen noch mal schauen, dass wir den, äh, äh, den Signature-Move mehr ändern. Und der T-Bone Suplex, das hatte irgendjemand in der letzte, unter der letzte Folge geschrieben, was wir nehmen sollen. Ich kann ja mal gucken, ob ich das schnell über das Handy hinkriege. YouTube. Also, erst mal den Royal Rumble Finisher, ganz klar. Äh, Special Moves, Finisher, nein, Royal Rumble, genau. Punjabi-Plan- Nein. Nein. Jetzt haben wir hier noch einen Atomic Drop. Es wird so übertrieben, wenn der da so drüber fliegt, weißt du. So, voll auf. Was hat da sonst nichts zu tun? Attitude Adjustment. Ja. Es ist an sich sicherlich nicht schlecht. Ja. Alles klar. Gucken wir gleich mal. Chokeslam. Ja. Chokeslam sieht mir ganz interessant aus. Nee. GTS auch nicht. Hurricane Rana vielleicht. Nein. Ganz sicherlich nicht. Oklahoma Slam. Pedigree. Da fliegt er doch aber auch direkt so übers Seil. Das ist doch auch wieder so ein übertriebener Move. Nee. So ein Oklahoma Slam sieht schon mal interessant aus. Powerbomb. Pubhandle Slam. Ja. Was ist Rolling Fireman's Carrying? Okay. Nee. T-Bone ist natürlich eine interessante Sache, weil wir eh schon einen T-Bone haben. Also ich würde auf jeden Fall sagen, als zweiten Finisher sozusagen nehmen wir mal den T-Bone. Und hier fand ich jetzt eigentlich den Pump Handle Slam ganz cool. Hoch mit ihm. Über die Schulter und Bumps. Der sieht doch ganz nice aus. Ach, da haben wir ja auch noch einen. Close Line. Max. Ja. Okay, aber natürlich auch geil. Und dann Spear. Nehmen wir mal ein Spear und den zweiten nehmen wir dann einfach mal... Weiss Kripp, nee. Switching Music 4. Boah. Schau, ne Block. AKO fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Da komm, nimm mal den. Sehr nice. Okay. Also wenn ihr natürlich Vorschläge habt, wenn wir mal was anderes nehmen sollen. Wenn ihr sagt, das denn das passt besser zu Big Bad. Dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare, ne. Ist ja ganz klar. Das zählt bei jeder einzelnen Aktion immer. Leute, mal Special Moves. Signatures. Den Corkscrew 4 müssen wir auch mal wegmachen. Exploder hieß das Dingin. Exploder-Slam oder sowas. Alter, es gibt so viele Attacken, ne. Wir haben's gleich. So, hier Exploder müssen wir jetzt suchen. X. Wahrscheinlich ganz unten wegen EX. Da ist er. Exploder-Supplex. Der ist doch ganz nice. Ja. Ja, den müssen wir halt auch mal ändern eigentlich, ne. Das hat auch einer mit dem Rennen, ne. Das ist auch scheiße. Nee, das kann der nicht, alter. Also. Nee. Dann nehmen wir erst mal das hier. Komm. Erst mal. Wir nehmen erst mal das hier, bis wir dann einen neuen haben. Aber dieses Drehding da, das klappt sowieso nie. So, jetzt würde ich sagen. Hören wir uns, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir haben bei Raw ein Match gegen... Einen Gegner, den ich schon wieder vergessen habe. Schatten über mich. Ich weiß gar nicht, gegen wen kämpfen wir denn. Äh. Ich weiß es nicht mehr. Naja, wir können ja noch mal kurz gucken. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Morgen geht das, äh, morgen geht die nächste Folge an den Start. Und, äh, wir laufen, oder wir, wir strahlen straight the way, sozusagen, auf den Royal Rumble zu. Und ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach ja, genau. Zack Ryder war das. Richtig. Also, bis dahin. Ciao. Ja, ja. Der Royal Rumble ist direkt auf der Road to WrestleMania, sozusagen. Also, quasi der nächste Halt. Und in der nächsten Folge, äh, haben wir ein Match gegen, äh, Zack Ryder. Ich hoffe, das Match dürfen wir auch bestreiten, weil ich glaube, gegen Zack Ryder könnte das ein ziemlich, ziemlich interessantes, ähm, Match werden. Ne? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.